In diesem Video werde ich euch einmal kurz die Informationen vermitteln, wie ihr am besten das Knockback reduced, jedoch müsst ihr dafür die Klick-Technik jittern, Butterfly oder Mouse Abuse oder alle drei beherrschen. Solltet ihr natürlich jetzt Mouse Abuse und Butterfly, weil das sind die zwei wichtigsten Klick-Techniken für diese Klick-Anti-Knockback-Technik nicht beherrschen, dann empfehle ich euch, wenn ich jetzt bald das neueste Video rausbringe mit dem Movement-Anti-Knockback-Trick, euch das anzugucken, weil dort wird gezeigt, wie ihr mit WASD, Shift und der Leertaste auch euer Knockback reduceden könnt. Und ich bitte euch auch, vielleicht dieses Video einmal kurz zu teilen, weil in letzter Zeit kommen immer mehr Videos mit meiner Knockback-Taktik, ich release meiner Knockback-Taktik, Leak von meiner Knockback-Taktik Und das hier ist quasi jede Knockback-Taktik, die es gibt, und zwar ist das hier die Klick-Knockback-Taktik, die kannst du natürlich auch noch mit der Movement-Knockback-Taktik kombinieren, dazu werde ich aber auch noch ein Video machen, und quasi jede Knockback-Taktik, die es gibt, wird einfach nur nach drei Haupt-Knockback-Taktiken sozusagen untergeordnet, und zwar der Klick-Knockback-Taktik, der Movement-Knockback-Taktik und der Schaden-Knockback-Taktik. In diesem Video werde ich, wie gesagt, die Klick-Knockback-Taktik erläutern, und falls irgendjemand sagt, von einem Freund oder so von euch sagt, ja, ich reduce meinen Knockback mit der und der Taktik, die ist aber geheim, da kann ich euch so viel vermitteln, es gibt die Klick-Knockback-Taktik und die Movement-Knockback-Taktik, und hier wird eigentlich alles Wichtige gesagt, was ihr wissen müsst, für die Klick-Knockback-Taktik. Also quasi die Maus. Also quasi ist dieses Video einfach nur über das Reducen mit der Maus. Hier wird alles erklärt, wie man es mit der Maus macht, wie man es mit der Maus reduziert, und im Movement-Knockback-Taktik-Taktik wird alles erklärt, was du mit der Tastatur, also jetzt ohne, dass du irgendwelche Hotkeys dran hast, wie du da reducest, um das jetzt einmal kurz so auszudrücken. Ich werde in diesem Video natürlich erstmal erklären, was die beste Klick-Technik für Snockback-Reducen ist, und wie sie am besten eingesetzt wird, und wo die Lücken bei der einen Klick-Technik sind und bei der anderen, und worauf es ankommt bei dem Knock. Nämlich kommt es bei dem Knock nicht auf die CPS an, also bei der Klick-Technik, das hört sich natürlich ziemlich verwirrend an, dass es bei der Klick-Technik nicht auf die CPS ankommt, sondern es kommt bei der Klick-Technik auf die CP300MS an, also die Klicks per 300 milliseconds. Das Ding ist aber, das ist einfach nur eine grob geschätzte Zahl. Das kann ungefähr auch 0,2 bis 0,4 sein. Das bedeutet nämlich die Zeit, wo die Hits das Knockback entscheiden. Also in dieser Zeit werden die Hits für das Knockback gewertet, sozusagen. Das bedeutet, dass man in der Zeit, also nur die Klicks, die in der Zeit kommen, sind wirklich bedeutend, und die danach kommen natürlich nicht mehr, weil dann hat man das Knockback schon bekommen, und dann werden die natürlich für das aktuelle Knockback, was man bekommen hat, nicht mehr gewertet. So, um das jetzt so auszurücken, ich hoffe, es war vielleicht verständlich, hat sich ein bisschen, naja, okay, ich hoffe, es war auf jeden Fall verständlich und konnte es vielleicht ein bisschen nachvollziehen. So, und ich habe jetzt mal die drei Klick-Techniken zusammen verglichen, und zwar Jitarn, Butterfly und Massabuse. Wie gesagt, ist das hier einfach nur die Zeit, also zwischen 200 und 400 Millisekunden, sagen wir mal, gibt er mir den Hit und ich gebe ihnen die Gegenhits. Dabei ist natürlich noch wichtig, dass das Knockback nur reducet, wenn du auch einen Gegner hittest und nicht einfach random in die Luft hittest. Das kann aber auch sein, dass du den Gegner vor dir hittest und von hinten gated wirst, dann wird das Knockback, was du von hinten bekommst, trotzdem reduced. Du musst in dieser Zeit einfach nur etwas hitten, so, um das jetzt mal so ein bisschen verständlich auszudrücken. Und zwischen 200 und 500 Millisekunden, also du wirst hier bei 200 Millisekunden geschlagen, hittest seitdem schon den Gegner bis 500 Millisekunden, so. Bis dahin entscheidet sich dann das Knock, also 200 bis 500 Millisekunden sozusagen. So, dann können wir das jetzt einmal kurz nehmen beim Jittern, also bei 0,2 bis 0,5 entscheidet sich das Knock, weil ich bei 0,2 den Hit bekomme und in der Zeit die ganze Zeit auf den Gegengehitte sozusagen. So, und wir sehen jetzt hier beim Jittern, 0,2 bis 0,5, das wäre jetzt hier. Das wäre jetzt der Bereich alles. Können wir einmal jetzt hier, äh, Baller, Lila markieren, den ganzen Bereich. Und ja, das ist halt hier das Wichtige, da wo das Knockback entscheidend ist, oder da wo gerade entscheidend ist, wie viele Klicks man in diesem Moment hat. So, das sind 5 CPS, also beim Jittern, sagen wir, äh, wird mit 5 CPS reduced, nicht mit 5 CPS, Entschuldigung, mit 5 CPS 300 MS. Ist so ein bisschen, naja, eine schlimme Abkürzung, aber gut. Ähm, ich weiß gar keine andere. Und, äh, also hier wird mit 5 CPS 300 MS sozusagen, ähm, gehittet. So, dann machen wir das mal beim Butterfly, also vergleichen das mal beim Butterfly. Beim Butterfly wird, also nehmen wir hier mal dieselbe Zeit, äh, wir können ja hier mal den Test 1 machen, ähm, und beim Butterfly ist dieselbe Zeit von 200 bis 500. Ja, das sind tatsächlich auch nur 5 CPS, weil das echt ne summe Zeit ist, äh, die ausgesucht wurde, weil hier wäre direkt ein, äh, Dreifach-Klick, aber gut. Ähm, das ist jetzt nur ein Test. So, beim Butterfly ist es erstaunlicherweise auch 5. Normalerweise, kann ich ja schon mal vorher sagen, ähm, ist beim Butterfly ein höheres noch bei Reducen, glaube ich. Was heißt glaube ich? Also, bei Butterfly ist es ein höheres noch bei Reducen, normalerweise. So, dann, äh, können wir diese Zeit auch nochmal beim Mouse-Abuse, ähm, machen, was natürlich jetzt sehr unglücklich ist, weil genau dort, äh, weil genau dort beim Mouse-Abuse neu angesetzt wurde. Aber trotzdem können wir das mal testen, selbst wenn dort neu angesetzt wurde, äh, angesetzt wurde, können wir trotzdem die Zeit hier mal testen. 0,2 bis 0,5. Können wir einmal kurz die Lila einrahmen. Und wenn wir jetzt beim Mouse-Abuse machen, dann sehen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beim Mouse-Abuse sind es 7 CP 300 MS sozusagen. So, das ist jetzt hier der Wert, den wir haben. Da sehen wir natürlich schon, beim Mouse-Abuse bekommt man das wenigste Knockback, oder sollte man das wenigste Knockback bekommen. Es ist, es muss übrigens gesagt sein, dass das hier nur die Klick-Taktik ist. Das bedeutet, man könnte dazu noch eine Movement-Taktik machen. Die wird übrigens in einem zweiten Video kommen. Die natürlich, oder auch eine Damage-Taktik, Damage-Nockback-Taktik, aber es geht mir hier in diesem Video erstmal nur um die Klick-Technik, also die Klick-Anti-Nockback-Taktik und nicht um die Movement-Anti-Nockback-Taktik. Das könnte jetzt zum Beispiel auch sein, dass man hier mit Butterfly weniger Knockback bekommt als hier, weil man in der Zeit noch etwas mit der Movement-Nockback-Taktik quasi gemacht hat, indem man zum Beispiel sein Sprint vor dem Hit resettet hat oder ähnliches. Also das ist jetzt nur die Klick-Taktik. Das kann man nämlich sozusagen auch noch mit der Movement-Anti-Nockback-Taktik kombinieren. So, wir nehmen dann jetzt mal den Test 2 und haben hier auch schon die Zeiten, und zwar ist das von 0 bis 3,5 Millisekunden jetzt. Dann machen wir das hier noch einmal wieder ganz normal. Keine Füllung. So, machen wir das noch ganz mal und gucken jetzt beim Jittern bei 0 und 300. Das können wir aber kurz hier machen. Machen das wieder lila. Ich bin auch so dumm. Machen das wieder lila. Dann sehen wir hier, dann sehen wir hier, dass das vier Stück sind. Also, beim Test 2 ist es beim Jittern, können wir hier einmal kurz machen, 4 CP300MS. Beim Butterflyen gucken wir dann auch noch einmal, wie das denn beim Butterflyen ist. Wieder die gleichen Zeiten, 0 bis 300. Dann nehmen wir jetzt einmal das Butterflyen. Nimm das hier nochmal eine andere Farbe einfach. Blau, so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Butterflyen hier sind es also 8 CP300MS. Das hier ist übrigens jetzt nur so eine random Einheit. Also, das ist jetzt wirklich nur so eine random Einheit, die kann man natürlich auch anders formulieren. Nur das ist, um das vielleicht so ein bisschen zu veranschaulichen. Vielleicht wird alles dadurch nur noch komplizierter. Aber, ja gut. Und dann gucken wir jetzt noch beim Mouse Abuse, zwischen der besagten Zeit, wo das Knockback entscheidend war, und wie viele Klicks man gemacht hat. Dann machen wir das jetzt auch nochmal. Alles, keine Ahnung, orange einfach. Zählen hier nochmal, also bis 13 Klicks. Dann ging das hier beim Mouse Abuse, beim zweiten Test mit 13 CPM. Was mache ich denn? CP300MS aus. So, das kann man natürlich noch alles so ein bisschen timen. Das bedeutet, dass man genau vor dem Hit einmal Mouse Abuse, um das so zu timen. Das könnte man beim Mouse Abuse nämlich am besten machen, weil man dann diesen, diesen neuen Ansatz nicht hat. Und das könnte man halt beim Mouse Abuse am besten timen. Bei Butterflyen und Jittern ist das ein bisschen komplizierter, so was zu timen. Ja, beim Butterfly könnte man vielleicht einen Double-Click timen, aber das ist auch nicht so einfach wie jetzt beim Mouse Abuse. So, und dann sehen wir jetzt zum Beispiel hier im Test 1, wenn man das zum Beispiel die ganze Zeit nur Mouse Abuse und das nicht getimt macht, dass er hier 7 Klicks in der entscheidenden Knockback-Phase hat. Und ihr müsst jetzt nicht damit rechnen, dass zum Beispiel wenn da 30 CPS sind, dass man mit 30 CPS reduced, weil das stimmt nicht. Du reduced wirklich nur mit diesen CPS, die in diesem Moment entstanden sind. Ja, aber dafür musst du halt in 300 Millisekunden schon die 7 CPS erreichen, sagen wir mal so. Also, die halt genau in diesem Moment entstanden sind. Wie gesagt, also hier sind es dann ganz normal, mit 7 CPS hast du Quality Reduced, also nicht CPS, sondern CP300MS und hier hast du mit 5 Reduced. Hier hast du auch mit 5 Reduced und wenn wir das natürlich, ist Mouse Abuse hier am effektivsten mit 7 CPS oder CP300MS. Das ist aber hier, wie gesagt, einfach nur etwas, was nicht auf das getimte Knockback-Reducing, das nicht das getimte Knockback-Reducing ist, sondern das ist einfach nur die Zahl, wenn man permanent Mouse Abuse oder permanent Butterfly oder permanent Jet hat und das nicht irgendwie getimt oder ähnliches macht. Dann sehen wir aber schon auf jeden Fall, dass Mouse Abuse hier auf jeden Fall sehr hoch ist. Das Problem war hier, aber natürlich auch, dass genau hier das Neueinsetzen war und das könnte man natürlich mit dem getimt Mouse Abuse überspringen, dass man das genau beim Hit macht und dann nicht beim Hit neu angesetzt hat oder vor dem Hit. So, dann kommen wir jetzt hier, das sind 4, Butterfly sind 8 und Mouse Abuse sind 13. Das heißt, du hast hier mit 4 Klicks im entscheidenden Moment, wo das Knockback entscheidend ist, geklickt. In diesem Moment bei Butterfly hast du mit 8 Klicks im entscheidenden Moment geklickt und bei Mouse Abuse im entscheidenden Moment hast du mit 13 Klicks geklickt. Das bedeutet natürlich, dass man hier am wenigsten Knockback bekommt. Wenn es jetzt nur nach der Klicktechnik geht, es gibt natürlich noch verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel die Movement Anti-Nockback-Taktik, die ich aber in einem anderen Video nochmal erläutern werde. Also, wenn man jetzt nur durch die Klick-Taktik über die Klick-Taktik gehen würde, dann ist natürlich hier Mouse Abuse der ganz klare Favorit mit 13 Klicks im richtigen Moment, danach Butterfly mit 8 Klicks im richtigen Moment und danach Jittern mit 4 Klicks im richtigen Moment. Wenn man das natürlich noch alles richtig timet, dann ist Mouse Abuse am Effekt noch effektiver. Mit Butterfly könnte man den Double-Klick vielleicht ein bisschen timen und beim Jittern kann man das wirklich echt schlecht timen und Jittern ist deswegen echt sehr, sehr schlecht für das Knockback-Reducen. So, damit steht natürlich auch fest, dass Mouse Abuse auf Platz 1 steht, Butterfly auf Platz 2 und Jittern auf Platz 3. Und wie gesagt, das Knockback-Reducen geht hier wirklich am besten mit Mouse Abuse und das ist wirklich einfach nur ein One-Klick-Mouse Abuse und genau das muss man üben, dass man im entscheidenden Moment also genau wo du den Hit bekommst, quasi kannst du auch immer so ein paar Millisekunden davor machen, genau wo du den Hit bekommst, dass du in der Sekunde auch ein Gegenhit setzt. Das ist natürlich auch immer ein bisschen ein bisschen kompliziert an manchen Stellen, weil der Gegner vielleicht einen schlechteren Ping hat und sich ein bisschen rumleckt und das natürlich dann ein bisschen schwieriger ist, das richtig zu timen, wenn du einen Hit bekommst. Du musst halt nur ungefähr abstimmen, wann du den Hit bekommst oder du Mouse Abuse halt permanent. Getimed, das ist natürlich besser, aber das kann auch manchmal einfach fehlschlagen. Also so reduce man eigentlich seinen Knockback mit Butterfly. Geht das auch ganz gut, weil es einfach eine große CBS-Zahl hier zum Beispiel auch hat mit 8 Klicks im richtigen Moment, aber Mouse Abuse ist natürlich deutlich effektiver. So, das jetzt erstmal dazu. So, jetzt können wir noch einmal gucken, was ist denn allgemein besser? Also zu was eignet sich was? Mouse Abuse eignet sich am besten zum Moonwork und zum Breezy, indem du da zum Beispiel einfach One-Click Mouse Abuse machst. Zudem eignet es sich, wie wir hier eben herausgefunden haben, extrem zum Knockback Reducen. Und ich habe jetzt in diesem Video, glaube ich, auch mal erklärt, wie dieses Knockback Reducen wirklich zustande kommt und dass es nicht auf die Klicks, also CPS ankommt, also nicht auf die Klicks per Second, sondern wirklich auf die Klicks in diesem Moment, wo du den Hit bekommst und wo du dann auf den Gegner in der Sekunde einhittest oder in den dreieinhalb Millisekunden. Und man kann aber mit Mouse Abuse nicht sehr gut No-Shiften, man könnte es trotzdem auch timen, also dass man das No-Shiften dann doch timet oder das One-Secon timet, aber wenn man einfach und die ganze Zeit Mouse Abuse, dann ist das echt nicht ganz so gut für das No-Shiften, es wird natürlich meistens auch klappen, aber trotzdem ist es immer eine große Klickpause und die könnte einem dann doch im falschen Moment zum Verhängnis werden, dass man dann doch fällt. So, beim Jittern ist der Vorteil eine konstante CPS-Zahl, das heißt Monster und alles wird damit sehr gut klappen, da nicht auf einmal eine große Klickpause entsteht, wie zum Beispiel bei Mouse Abuse, jedoch ist dort eine Grenze mit 16 bis 18 CPS so ungefähr ist das, es kann auch sein, dass jemand mal 19 CPS hat, aber allein 16 CPS mit Jittern ist sehr, sehr schwierig und da muss man echt gespendet haben. Beim Waterfly ist der Vorteil auch beim No-Shiften, dass man viele CPS hat und ebenso sind es konstante CPS mit mehreren Double-Klicks sozusagen. Ja, das ist halt beim Butterblenden so. Also kann man hier sagen, dass wirklich das Effektivste ist, das Mouse Abusen und das am besten noch zu einem getimten Zeitpunkt und das kann man am besten noch kombinieren mit der Movement Anti-Norbeck-Taktik, die ich auch vor Ort im Video zu machen werde und dann kann man natürlich das getimte Mouse Abuse einfach noch mit dem getimten Movement Anti-Norbeck-Taktik kombinieren und dann ist das mit dem No-Shiften wirklich komplett out, wenn du das richtig anwendest. Ja, das erstmal hierzu. Ich hoffe, ich konnte euch damit so ein bisschen weiterhelfen, dass man jetzt nicht weiß, dass es nicht nur auf CPS ankommt. Wer jetzt nicht so einen hohen Klickspeed hat oder nicht Mouse Abuse kann, nicht Butterflane kann, ich DC oder nicht shittan kann, aber ich glaube, das ist das leichteste. Butterflane sollten eigentlich auch die meisten können und Mouse Abuse ist nicht alle, aber sollten auch einige können. Ja, das war übrigens dazu. Wenn ihr aber nicht Mouse Abuse und Butterflane oder JITAN allgemein könnt, JITAN ist ziemlich uneffektiv und noch bei Reduce außer du hast wirklich eine sehr hohe Klickzahl, denn diese Klickzahl ist immer sehr konstant. Das bedeutet zum Beispiel bei 16 CPS sind das ungefähr hier so vielleicht 6 Klicks oder so mal. Das ist einfach eine konstante CPS-Zahl und kann auch das noch bei Reduce aber halt nicht so gut wie Butterflare und Mouse Abuse. Ja, das ist jetzt erstmal zu der Sache. Wie gesagt, falls ihr diese Klick-Techniken nicht beherrscht, dann empfehle ich euch das Movement Anti-Lockback-Taktik-Video. Dort wird nämlich noch einmal erklärt, wie man sein Lockback mit verschiedensten Taktiken reduced und dort gibt es übrigens auch genau dieselbe Zeit, wo es auf das Knockback hier drauf ankommt, nur dort muss man natürlich die Taktik ein bisschen anders anwenden. Das werde ich aber im Video auch erklären, wie das dort genau funktioniert. Ja, das war jetzt erstmal zu der Klick an die Knockback-Taktik und dass das jetzt eigentlich mal geklärt ist, weil es gibt ja einmal die ganze Zeit die Sache mit so reduce ich mein Knockback so bekommt ihr weniger Knockback ich release meine Knockback Taktik und im Grunde gibt es nur drei verschiedene Knockback Taktiken also drei Haupt Knockback Taktiken und zwar die Damage Knockback Taktik die Movement Knockback Taktik und die Click Knockback Taktik wobei die Damage Knockback Taktik halt einfach nur sowas ist wie Storm Gift und dass du einfach nur den Damage bekommst der dir kein Knockback gibt also es gibt verschiedenste Arten von Damage die keinen Knockback geben Feuer der dir nur manchmal Knock nach oben gibt wenn du in der richtigen Sekunde springst Gift der dir Knockback nach oben gibt wenn du in der richtigen Sekunde springst Fall Damage der auch Knockback nach oben geht wenn du in der richtigen Sekunde wieder hoch springst aber allgemein geben dir diese ganzen Damage Taktiken oder was heißt Damage Taktiken Damage von dem Feuer entsteht dann bekommst du in der Sekunde kein Knockback das ist verleuchtenden Leuten aufgefallen die mit der rot gegen andere Leute spielen wenn die anderen brennen dass sie einfach auf der Stelle stehen und kein Knockback bekommen haben nach dem Rottet So das wird aber auch in einem anderen Video erklärt und zwar Damage Anti Knockback Taktik Video und damit bin ich erst mal raus Ich hoffe ihr konntet das soweit alles verstehen und wisst jetzt wo es wirklich drauf ankommt beim Klicken also wie man wirklich am besten das Knockback Reduce mit der Klick Technik und zwar dass man das natürlich getimt im richtigen Moment macht und die beste Taktik ist halt immer noch Mouse Abuse und das hat man hier glaube ich auch deutlich gesehen Ja das war's dazu Ich hoffe ihr konntet damit jetzt was anfangen und viel Spaß und Show